Hi, hier ist Matthias von die PraxisFamily. Heute geht es um die Gürtelrose. Die Gürtelrose ist ein fieses Zeug. Wenn man die hat, kann es sein, dass es sehr schmerzhaft ist, dass es juckt, lästig und oft braucht es mehrere Wochen bis es abgeheilt ist. Was ist das? Es ist eine virale Erkrankung. Der Virus, der dahinter steckt, ist der sogenannte Herpes-Zoster-Virus. Man sagt auch Varicella-Zoster, denn es ist der gleiche Virus, der auch verantwortlich ist für die Windpocken. Wenn man die Windpocken mal hatte, dann ist es so, dass dieser Virus normalerweise sich irgendwo fest setzt im Körper und dort inaktiv persistiert. Das heißt, er ist noch vorhanden und unter bestimmten Umständen kann er reaktiviert werden. Diese Umstände sind vor allen Dingen eine Immunschwächung, wenn das Immunsystem plötzlich geschwächt wurde aus irgendeinem Grund. Aber auch Elektrosmog kann das reaktivieren, wenn man zu viel im WLAN oder im Handyfunk schläft. Schwermetalle können das reaktivieren, gerade das Aluminium, das Glyphosat, aber auch sowas wie Blei oder Quecksilber. Also wenn ihr Amalgamfüllungen habt oder ähnliches, das kann sein, dass sich das ansammelt immer mehr und irgendwann ist es dann zu viel und dann wird der Körper da entsprechend geschwächt. Natürlich Mängel im Körper, Vitamin-D-Mangel, B12-Mangel, Magnesiummangel, Zinkmangel, all diese Sachen können dazu führen, dass dieser Herpes-Zoster wieder aktiviert wird und diese Gürtelrose entsteht. Warum entsteht das dann nicht mehr überall, wie bei den Windpocken? Weil der Virus an bestimmten Nervenbahnen von der Wirbelsäule ausgehend persistiert und wenn da was aktiviert wird, dann wird nur dieser Bereich, der da innerviert wird, nur dieser Nervenstrang, der wird quasi reaktiviert. Und entlang der Nerven wird dann der Virus aktiv und dann kommt es zu dem Hautausschlag. Der dauert circa 14 Tage, bis der sich beruhigt. Also 14 Tage hat man ungefähr diese Bläschen mit so einer Flüssigkeit, die ist dann auch ansteckend. Da sollte man auf jeden Fall antiviral handeln. Das macht ihr am besten mit Vitamin C, indem ihr Vitamin C einnehmt. Ihr könnt liposomales Vitamin C einnehmen, hochdosiert, das ist ganz gut. Vitamin C-Infusionen sind super hilfreich, hat Studien zugegeben, mit einem ganz tollen Verlauf, der beschleunigt ist. Dann könnt ihr kolloidales Silber auftragen. Manuka-Honig ist sehr gut. Lysin als Tabletten einnehmen, die Aminosäure Lysin hilft sehr, sehr gut, weil ganz einfach dadurch die Vermehrungsfähigkeit von dem Virus gestoppt wird. Und in dieser Zeit könnt ihr das so sehr gut behandeln. Wenn es zu stark juckt, dann sind Apfelessig-Umschläge klasse. Die helfen gut den Juckreiz zu lindern. Und was ebenfalls gut hilft, ist Ringelblumenextrakt. Hilft auch gut den Juckreiz zu hindern. Wenn man dann diese Nervenschmerzen hat, was hier an dieser Stelle hilfreich ist, ist Vitamin B. Jede Art von Vitamin B grundsätzlich am besten so ein Komplexmittel. Vor allem aber B6, B5 und Vitamin B12 helfen gut, dass die Nervenschmerzen besser werden. Vitamin B3 im Grunde auch. Das Niacin hilft auch sehr gut, dass Schmerzen besser werden. Und Keltikanforte aus der Apotheke ist ein tolles Mittel, um die Nerven wieder zu beruhigen. Nach circa 14 Tagen ist dann dieser ansteckende Spuk vorbei. Und dann kommt diese Abheilungsphase. In der Zeit die Sachen auch noch ein bisschen weiternehmen, dass die Abheilung gut funktioniert. Und normalerweise ist nach drei bis vier Wochen dann alles wieder in Ordnung. Und dann eben darauf achten, dass ihr diese ganzen Ursachen, die ich vorhin genannt habe, einfach versucht aus dem Leben zu eliminieren. Ja, entgiften, Elektrosmog beseitigen, gut für die Ernährung sorgen und dazu führen, dass euer Immunsystem immer schön stark bleibt und nicht von außen irgendwie negativ beeinflusst wird. Okay, in dem Sinne, viel Erfolg beim gesund bleiben und gesund werden. Wenn ihr wollt, folgt uns auf Instagram. Ciao, der Matthias. .